Leute, es ist Zombie-Apokalapsis. Ich habe Gott sei Dank hier, warum bin ich zwei überwunden. Ich muss losgehen. Zuerst brauche ich mal, ganz kurz, eine Zombie-Apokalapsis. Es geht nicht, Leute, es geht nicht. Licht, schalte nicht aus. Licht, schalte nicht aus. Was ist das? Zombie-Apokalapsis! Oh, es geht nicht aus. Sollte, ich steige mir los. Zombie! Zombie, folgt mich nach! Der Zombie kommt! Der Zombie kommt! Keller! Es hat einen Keller! Der Zombie kommt! Hallo? Ist jemand da? Ja? 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 Der Zombie ist umgebracht. Ich muss weitergehen. Schneller, bis der Zombie wiedererlebt. Es ist ein altes Haus, ein altes Scheißhaus. Die Tür ist auch nicht geschlagen. Die Tür ist auch nicht geschlagen. Oh mein Gott. Fuck, Licht ist aus. Das ist auch nicht geschlagen. Hat es hier noch überhaupt Licht? Nee. Dort ist noch eine Zombie. Hier steht sogar einmal. Ich habe noch eine Bombe. Ich habe noch eine einzige Bombe. Die Zombie sind weg. Ich habe noch nicht geschlagen. 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 Ich habe noch nicht geschlagen.